Hallo Menschen! Heute möchte ich euch schöne Vorsatzpapiere zeigen. Beziehungsweise nicht immer direkt schöne, sondern teilweise auch einfach etwas Besonderes, was eben auf diesen Seiten gemacht wurde. Und das ist eigentlich auch schon alles, was heute kommt. Also nichts großartig Inhaltliches, sondern etwas oberflächlich, aber Hübsches für euch. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020